Wo geht's hin? Zum Flughafen. Gern, ich muss nur ein paar Sachen auf dem Weg erledigen. Das war eine echt harte Stunde. Apropos, wann ist Ihr Flug? In 20 Minuten. Oh Mann, das schaffe ich nicht in 20 Minuten. Ich rufe Ihnen einen von Lift. Kommen Sie schnell, steigen Sie ein. Ich hoffe, Sie mögen die Offspring. Und los!